ja herr willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 was ich scan ja gerade mit meinen augen so über die karte ist kommen und suche hier ein paar orte die ich noch nicht markiert warum ist der hier nicht entdeckt aber ich habe den abgeschlossen was ich bin mir ziemlich sicher dass ich da schon mal gewesen bin die wetter machen wir sind auch noch wiederholbare sachen glaube ich so wo man noch mal die bibliothek wird mir jetzt gerade ein in diamond city war ich mich aber nicht in links ein porten name in city ich will mich hier ganz wie weil das ist der bibliothek waren war nicht so den ersten parts damals weit 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 entfernt und ich bin da reingegangen weil sie ich habe am eingang mal glaube ich immer eine falle die ich reingetreten bin ich glaube ich sogar mein bestoff irgendwie was nachdem in des projekts irgendwann mal abgespielt wird bestimmte stunde oder so lang eine stunde lang sein das video und ja der bibliothek will ich mal wieder rein weil ich weiß dass ich da nicht mal hinter den ersten raum gegen konnte weil ich da immer freck bin super da waren super mutanten drinnen und ich kann da nicht weiter ja wo kommen die auf einmal her wo er sagt schon aus ich glaube auf meine roboter typen muss ich aufpassen dann glaube ich echt sterben immer irgendwann so einen anderen roboter gebaut dann habe ich nur tot irgendwie tot kaputt am boden liegen gesehen in meiner basis wenn ich meine kann kaputt gehen hat man es okay wird zum anderen ort trägt einen wunderschönen ort wo alles passieren kann okay okay apartments kommt mir auch bekannt vorher nahe ist nichts geplündert also nehme ich mal an hier war ich noch nicht so wie jetzt hat jemand reingekommen was man muss ehrlich das werden wieder da glaube ich habe doch getarnt ich habe doch genau gesehen das ist irgendwie nicht so okay schieß nach lade schieß denn sie so es klingt auch sehr merkwürdig na gut das ist glaube ich noch ein paar platt aber ich will die büscherei finden verdammt oder in anderen ort der da war natürlich geil wenn das bei ist der gleiche ort aber nicht sehr freundlich nachdem er gestorben sind super mutter das ist schon mal gutes zeichen ist ja bestimmt die bibliotheke wo ich die verdammt noch mal finden würde ist da um die ecke und was zum so ist der stockbrot da gut mit deinem schwert dann da kenne ich dich das ist aus meinem leben geworden ist sie so unmotiviert aus hier komme ich dahin hat wo sie nichts ich habe dinge zum redach mit der abgeschossen da gut so ich treffe verdammt jetzt nervig das ist wieder vollkommen anders auch ein markt immer da rein bibliothek halte ich noch im kopf die ist auch irgendwo hier in der nähe von diamond city soll ich erst auch den ich erkundet habe nachdem ich da rausgekommen bin dann los zerstört worden ich weiß gar nicht mehr warum ich überhaupt sie retten mitnehmen bringen eigentlich gut kronkorken ein aber ich verkaufe die nieder deswegen nix naja ja nicht alles was ich mache im gerechtfertigen welcher die hat spiel zu händen spielen was kann ich nicht hören ich fliege gerade nach oben bock spock ja schon wieder passiert leuchten erledigt stimmt seine ganz eigene geschichte heute passiert ist aber ich meine ich habe gerade noch welche leben gehört doch block die alle erledigt wir kurz weggegangen der schlacht hat einmal alles ab ich habe gesehen aber naja schlechter hat man schon mal so ein herz war schon mal schlechter ich glaube nicht doch da bin ich jetzt ganz blöd schlechter hat man schon hatte ich ja schon wieder war wo heimark aber nicht rein er hat geschützt ihr alles getötet ja ich erwarte nein gut geschafft das war wieder eine zeitverschwendung ja so kür wie es ja nichts die ganzen gegner sind auch schon irgendwie tot gewesen also und zum beispiel passiert rechts ab 1 ist ja ja bitte das war irgendwie nichts wert hier irgendwie hinzukommen aber ich will meine ich will meine zeit sinnlos verschwenden also schlechter stimmt schon mal er sind ja keine gegner mehr gleich wir haben mit dem wir los weil das mutanten haben sie sich jetzt weil sie sich beide auf zwei verschiedenen gebäuden hier auch verschanzt ja wir haben wir konnten der meister los ist auch schon erfahrung noch mal auf einer seite ist auch noch mal so ein appartement nicht runter gehen kann ok unten noch stellen wir einfach vor wie die sich irgendwie so täglich hier gebäude an gebäude hier so im leben sind somit früchten abwerfen wenn ihnen langweilig immer anders da partieren los ist oder da ist auch egal ob sich tötet hier sind also tot nachdem ich hier rumgelaufen bin ich vorstelle das hier so ein langer kampf sein würde so bestimmt weil nicht innerhalb von ein tag soll ja alles entschieden wenn ich vorstelle die irgendwie weil ich wochenlang oder so jemand an der wohnen nur so eine planke die hier irgendwie auf erfahrungspunkte ich schub da ab kenne ich jetzt nicht da hin damit ich da nicht durchkommen noch machst du ich gleich so au oder eigentlich für die menschliche stimme hat zeigt aber auch ihr seid ja nebenbei sagt auch kann doch dort geht aus dem weg hat er macht ihr einfach alle fähig und einschlag weil schon als jahr und lasergewehr als angegeben haben aber damit schießt dann statt wenn man mit einem schwert auch wenn er aus dem haus sieht hat zum teil verbauen den radar kann die behalten muss ich jetzt auch nicht warum tun ja ich meine ist eine sache hier in den ödlern zu überleben aber was soll der scheiß auto die köpfe an türen dran ist diese frage stehe ich mir in jedem part random nicht die gegend renne das verdammt noch mal daran aus wenn er bei den taschen angehört einmal egal welches level die sind hiermit gehen wir mal 15 der fahrzeuge ich soll es bin die schaden machen gründen die gegner auch da ja 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 nein ok also wahrscheinlich mit alle leute hier im ödland friedlich leben werden ich nicht ja ich tue im alltag von jedem ich war im weglauf hier ruinieren wahrscheinlich haben wir voll irgendwie ein friedliches leben gehabt mit dem super mutanten auf der anderen seite dann kann ich habe irgendwie stiftet und dann sind die auf einer losgegangen sowieso ist das doch abgelaufen oder so haben wir hier alles abgelassen doch ich bin hier reingangt alles getötet was ich gesehen habe und alles geplündert mein werk ist getan der held des ödlands so muss hat auf verlieferstörte gerechtigkeit aber egal wie uns jetzt der ort jetzt eigentlich nicht gut erfahrung gegeben ist denn aber sonst eigentlich nichts ja jetzt die bücherei ich wollte eigentlich nach deinem city in der nähe ich meine war hier ungefähr von einer lehmann das liegt man da ist noch irgendein turm verdammt er kommt direkt auf mich zu lassen hinterher also auch im turm ist jeder kein also damit city da ich meine wer da oder da glaube ich glaube da sehe ich du schon wieder verkatert recht erinnern ist direkt eine schöne falle die habe ich immer ausgelöst da kommt irgendwie so eine stimme die einen irgendwie begrüßt weil mein neuer ort hier ich habe mir auch schon mal das war ja schon mal hier sein und manches hat ja du heilst dich stärker und auch so verdammt nicht gut hier schaffen hat schon fast jeder sieht nun irgendwie weil ich verteidigung von 50 ganzen geschützt und trotzdem schaffen ist ganz zeit hier blöden nicht der trinity tower ich doch schon das bin ich die taue oder aber strong bekommen haben da hat man auch professional bilden sagen ich setze sich die ganzen korte nach der zeit oder die bibliothek immer noch vertagt der direkt wer wächst hier durch ich habe nicht so eine hohe reichweite ich kämpfen wollte dann folgten ja hier ist ja oder er kann mich nicht aufhalten was weißt du 1 so gemacht und dann glaube ich den krieg man wieder aus das hat ja schon wieder nichts wird er mit kreide gemalt darf doch nicht wahr sein hier nix warum ist hier überhaupt ein ort verzeichnet wenn ihr nur ein raum ist noch irgendwie irgendwie verdächtig wo sie da was geben hallo direkt daneben war ja noch ein gebiet hallo kämpfe ich möchte nichts damit zu tun haben weil es sieht so aus als könnte man auch volle mehr hoch irgendwie da aus ich habe den ort noch nicht aufgegeben ich hier hochkletter dann klappt hat aber hier so schräg hochlaufen und dann funktioniert er funktioniert nicht da ist nein er kennt nicht die ganzen sachen die da sind und wenn ich als feiner gezeigt was geht na wir schon feuchtigen tötet haben layton towers auch wenn der professor layton hier von da kommt ein Stück wieder ein oder war okay so okay einmal ja auch die mit einstatt weg und mal glaubt ein eingang aber muss man erst mal habe ich denn diese schimpfwort hier verdient was aber noch irgendwie war ich bin aber von unten und auch gott das war knapp das war allen taus machen wir uns auf weder ist nichts wir werden schon der dritte ort und nichts gewesen ist hey massen panik wo ich gar nichts macht mit betonstiefel nicht ganzheitlich hier gegen rennen wir haben schon kilometer weit jetzt von beiden eine tasche rampe die leuchtung machen wie du heißt es wird hier noch 2000 fliegen okay ein pistol eigentlich so an sich dass man mit denen seite laufen kann und zielen weil er das bett von ja die granate war ja ein technisches dokument gelesen da wo sind der gegner durch töten entschuldigung da wie sich da oben angekommen bin also die auch schon alle weg liebe treppensteigen noch weiter war ich glaube der effekt klappt sowieso nicht wenn natürlich immer anders gewert wurde keine ahnung wieder runter obwohl da geht es eigentlich weiter was ab groß und ich werde echt angepasst wenn er nicht im magazin oder wacke braucht nicht wartet erledigen wir die zwei die noch hier sind vielleicht das kommt die ganze musik hier ja und er sind ja noch mehr hallo gut wenn ich den part hier da unten noch bei den links benutzen können gleich den aufzug und dann sehen wir uns in der nächsten folge let's play fallout 4 ich bedanke mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge